so meine lieben freunde willkommen zurück zu einem neuen video und zwar von der quick tipp reihe ich möchte euch einfach mal vier sachen nein offiziell vier inoffiziell fünf sachen mit auf den weg geben wenn ihr lud spawn den regionen bedingt zuordnen oder auch einfach ermitteln wollt wie in diesem fall für die karte tschernarus und ihr könnt rein und raus zoomen und natürlich auch die karte ändern hier livonia oder aus dem steam workshop ban of kiemsee die all essäcker und welche karte auch immer gerne spielen mögt gehen wir mal einfach in livonia rein und ihr seht es schon wenn ihr rein zoomt könnt ihr gewisse dinge einstellen da gehen wir jetzt mal nicht genau drauf ein weil das würde dann den video rahmen zeitlich komplett sprengen aber ihr könnt loot und spawn nicht nur hier draus entnehmen sondern natürlich auch für euch neu anpassen und optimieren dieses diese karte bekommt ihr in der video beschreibung oder wie immer bei uns im discord der nächste punkt wie schon öfters angesprochen auch im master paket schon als buttons hinterlegt auch im discord als weiterleitungs links einmal den free xml validator ja ihr könnt hier einfach eure xml datei als beispiel die types hier rein kopieren copy and paste dann klickt ihr auf durchführen also validate xml und dann wird euch angezeigt mit einem grünen marker ob eure xml datei perfekt ist das heißt dass sie keine fehler enthält oder es wird hier angezeigt in welcher zeile sich ein fehler befindet so konnte ich ganz oft weil ich immer so gerne sage ein komma zu wenig oder eine leerzeile zu viel sorgt dafür dass der abschnitt da drunter nicht mehr geladen wird und somit eure xml auf jeden fall fehlerhaft ist beziehungsweise das skript dann sogar komplett nicht geladen wird und euer server nicht mehr hoch fährt und bevor ihr eure überarbeiteten dateien einfach auf euren server hochladet könnt ihr diesen validator für die xml dateien benutzen und die dritte software das ist der json validator das heißt hier könnt ihr das ganze auch rein kopieren ausführen und wenn es richtig ist zeigt auch hier eine grüne markierung an dann wisst ihr eure dot json datei ist vollkommen korrekt ja das ganze skript ist richtig geschrieben alles was ihr verändert habt ist fehlerfrei und wenn nicht wird euch auch hier wieder angezeigt in welcher zeile sich ein fehler befinden könnte und auch hier sind wir wieder ein komma zu wenig oder eine leerzeile zu viel sorgen auch hier wieder für skript fehler beziehungsweise dafür dass euer server gar nicht erst wieder hoch fährt eine wunderschöne wie heißt es so schön die types überarbeitung ganz ganz viele arbeiten gerne so wie ich auch einfach im ganz normalen editor oder man kann seine types generieren lassen ich habe meine types jetzt einfach mal hier importiert es gibt da viele 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 programme die das ermöglichen aber die haben alle ihre vor und nachteile das eine programm kann nur bis 30.000 zeilen lesen alles was darüber ist das generiert er dann nicht mehr mit und hier in dieser software könnt ihr eure types reinladen ihr habt ihr eine komplett übersicht wie das ganze aufgebaut ist ihr könnt natürlich noch einzelne gegenstände objekte fahrzeuge was auch immer hinzufügen oder hier wie in diesem fall überarbeiten ihr klickt einfach rein und ihr seht schon ihr habt verschiedene möglichkeiten hier dann alles einzustellen ihr könnt dann auch die tierstufe zuweisen 1 2 3 4 ist natürlich für die leute nachher wichtig die den spawn den loot über ihr wisst schon eines meiner tutorials dann anpassen sozusagen für die karte wo die tierstufen eingemarkert eingezeichnet werden auf der karte wo ist tierstufe 1 wo befindet sich die tierstufe 2 und dann nachher immer die hochwertigeren militärischen sachen all das könnt ihr hier mit im einzelfall dann für jedes einzelne objekt für jedes einzelne item komplett anpassen und für euren server optimieren wenn ihr schon eine fertige types habt und sie einfach noch mal von hier aus überarbeiten möchtet in den kleinigkeiten dann könnt ihr sie ganz einfach per upload hier rein kopieren und wenn ihr dann natürlich fertig seid könnt ihr das mit dem xml validator natürlich wieder prüfen ob auch alles korrekt und richtig ist diese vier super kostenlosen programme hilfsmittel tools nennt sie wie ihr wollt sind ein absolutes must have wenn ihr server betreiber seid nicht nur dass ihr dann hier mit dieser karten option schauen könnte wo befindet sich was wo möchte ich vielleicht auch noch etwas haben ihr seht es hier der tierbereich ist eingezeichnet wo spawnt etwas wo kann ich etwas verändern wo kann ich etwas anpassen ihr könnt ihr so viel einstellen schauen und natürlich für euren server dann optimieren im vorwege denn nicht jeder weiß mensch wie sieht überhaupt der spawn auf essecker aus ja wo ist der loot überhaupt was finde ich wie und wo ja und so könnt ihr eure karten dann einmal in der übersicht her ihr könnt euch im überblick verschaffen und können das ganze dann anpassen wie gesagt diese beiden dateien oder diese beiden programme kostenlosen programme einmal der json validator und der xml validator ist zur überprüfung eurer fertigen skripte wenn ihr sie überarbeitet oder angepasst habt oder wenn ihr ein komplett neues geschrieben habt könnt ihr sie einmal hier durchjagen und ihr seht dann alles klar fehlerfrei oder erhalten fehler so kann man im vorwege schon ausschließen oder so kann man im vorwege schon erkennen mein server fährt nicht hoch woran könnte es denn liegen ja wenn ihr dann halt gerne skripte überarbeitet anpasst so wie ich das auch immer gerne machen so sind ja die ganzen settings entstanden so sind die erweiterung entstanden für chernarus für livonia jetzt kommend so kann man im vorwege schon mal einen großen bereich ausschließen dass wenn der server dann trotzdem nicht hoch fährt dass man dann ungefähr weiß alles klar daran kann es nicht liegen habe ich gerade mit dieser software geprüft also muss es an etwas anderem liegen liegt es vielleicht einer modifikation die sich mit etwas anderem beißt ja und so schafft man es immer wieder die fehlerquellen viel viel schneller rauszufinden jetzt sind wir schon bei einem längeren quicktipp schon weit über sieben minuten am rande noch ganz kurz erwähnt wir erweitern das ganze wieder so wie es damals einmal war als der liebe decker teil noch bei uns war wir werden nicht nur die master pakete sondern auch wieder die manuelle server einrichtung für euch übernehmen dazu aber erst mehr informationen wenn wir das ganze richtig aufgezogen haben und das findet ihr dann natürlich wie immer in unserem discord unter ankündigung ja sobald da etwas steht wieder mit server einrichtung manuell mit den gewissen paketen dann wisst ihr ihr braucht nur noch bescheid sagen der server wird für euch eingerichtet über nehmt ihn dann nur noch und könnt spaß haben mit euren freunden und müsst euch um gar nichts mehr kümmern das eine kurze rand info ich sage erstmal danke fürs einschalten und bis zum nächsten video